Ich habe da so einen Zettel. Kriege ich da so Zeug? Natürlich. Freundliche Leute. Muss ich irgendwas machen noch? Nein, gar nichts. Die Stadtnummer ist da, das da innen drin. Genau, genau. Und das ist wahrscheinlich für den Läuferbeutel. Wo ist der Läuferbeutel? Bekommst du hier. Hello everybody. I want to have my Läuferbeutel. Fertig oder kriege ich noch was? Gute Laune hast du ja schon. Bei freundlichem Personal. Steht der T-Shirt mehr drauf auf der Stadt? Ne, steht keins drauf. Ja gut, einen Helm werde ich jetzt nicht brauchen. Ich habe übrigens keine Carbon-Schuhe. Damit ich eine Ausrede habe. Bis 15 Uhr muss ich das geschafft haben. Ich spreche Deutsch. Super. Ja, noch zwei Stunden. Ich spazier mich schon mal warm. So, ich soll eher rennen. Eins. Jungs!